Hallo und herzlich willkommen zurück zu NBA 2K14, zuletzt Orakel NBA 2K14 Playoffs 2014. Ja, ich möchte gerne die Playoffs nachspielen und zwar beziehungsweise Orakeln. Das bedeutet, ich spiele die Spiele, bevor sie, oder versuche zumindest, bevor sie stattgefunden haben. Und ich mache immer nur ein Spiel für, wie gesagt, eine Runde, für eine Begegnung, sage ich jetzt mal. Falls ihr versteht, was ich meine. Und ich habe gedacht, wir nehmen hier Toronto gegen Brooklyn, denn das wollte ich sowieso machen. Und das hatte ich auch schon mal in einem Orakel von der regulären Saison. Und ich gucke jetzt gerade mal, ob ich wirklich aufnehme. Das mache ich immer so ein bisschen. Da nehme ich auch schon eine Minute auf, gerade, oder fast eine Minute. So, ich denke, wir können anfangen. Ich denke, die Rundenzeit ist auf die richtige Anzahl quasi eingestellt, also wie lange das Match geht. Ich denke, wir machen weiter und los geht's. The Mother Rosen, 20,7 Points pro Spiel. Und Joe Johnson natürlich auch, ganz guter. Ich denke, wir machen weiter und los geht's. Ich denke, wir machen weiter und los geht's. Und hier von den Brooklyn Nets, Darren Williams, heißt er, der Jute, Alter. So, mit dem Trainer, Jason Keat. Und den Tipp-Off gewonnen haben wir, John, jetzt hier auf der Mother Rosen. Direkt der erste 3er von... Schade. Ah, okay, okay, schade, 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 schade. Okay, Kai Lowry jetzt wieder mit dem Ball. Oh, egal, das war ein scheiß Pass von Terence Ross. Goldsang haben wir Glück gehabt. Yes, der 3er von Lowry geht rein, sehr schön. Sehr schön. Jetzt steht es 3 zu 2, erstes Viertel. Schon ganz gut. Kai Lowry natürlich ein sehr guter Point Guard, finde ich. Nachdem Rudy Gay von den Toronto Raptors weggetradet wurde, durch auch viel Belastung auf, ich sag mal, so Spielern wie Kai Lowry. Oh, der Eliouf ist gelückt. Ist natürlich, äh, schade. Oh, der muss eigentlich, der muss eigentlich ankommen. Und Amir Johnson muss den eigentlich verarbeiten können. Eigentlich. Sehr schöner Block. Ah, aber Garnett kann, äh, nach, kann nacheilen. Ja, mein Controller fühlt sich ein bisschen komisch an, aber naja, das ist jetzt egal. Naja, noch kein gutes Spiel. Ja, jetzt klappt der Eliouf mit Demardo Rosen. Der kann nämlich auch danken mal. Der kann nämlich auch einen schönen Dank machen. Der kann das, Demardo Rosen. Manchmal ein wenig eigen, aber, naja, es gibt viele Basketballspiele, die ein bisschen eigen sind. Und darum liebt man sie, weil sie halt, wenn sie es schaffen, dann immer noch geil sind, weißt du. Ah, der war schön, der war schön von Darren Williams. Aber die Brooklyn Nets, hm, mag ich nicht so sehr. Haben sie ja noch, äh, in die Playoffs geschafft. Jetzt nicht gerade so, aber sie waren ja am Anfang der Saison ja ziemlich scheiße. Haben sie sich ja gegen, äh, gegen so manche Mannschaften ja ganz gut gemacht. Wie zum Beispiel die, äh, gegen Miami. Haben sie sich ja auch ganz gut. Äh, ne. So geht's nicht. Darren Williams mit vier Punkten, so geht's nicht. Ah, es klappt irgendwie nicht, es klappt irgendwie nicht. Es ist Goaltending. Ah, Gott. Naja, Tyler Hensbrow ist jetzt drin. Vazquez. Etc. Lowry ist immer noch drin. Ja, Lowry. 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 Ich weiß, jetzt ist gerade ein Dreher drin. Äh, wie auch immer. Williams gegen Lowry. And Williams, here we go. He feeds it to Thornton. Anderson outside. Wide open look. No good. Naja, der wird nichts, aber... Naja, okay, knapp, aber... Das war zu erwarten. Hey, ein gutes Spiel von den Toronto Raptors. 7 zu 11. Naja, mhm. Aber wir haben ja noch ein... Weites Viertel. Ich überspringe das jetzt einfach mal. Ich werde in der Halbzeitpause mal die Highlights durchlaufen lassen, aber mehr auch nicht. Ich denke, wir können weiterspielen, so wie wir aufgehört haben. Und, äh, weiter geht's. Wieso stehe ich da eigentlich nicht im Weg? Ja, das weiß ich nicht. Gutes Spiel, ganz klar. Der Blatchy. Sehr schön, der Dreher. Mann, Kyle Lowry. So, Anderson jetzt mit dem Spielaufbau. Mal was ganz Neues von den Brooklyn-Newton alten Brooklyn-Nets. Wie kann der denn einfach so durch da kommen? So durch, äh, kommen da. Predictable. Ganz einfach predictable. Naja, das war auch nicht gut gespielt. Toronto-Bow. Oh, Freiburg-Kurte sind, äh, sind die Toronto Raptors ganz gut. Das kann doch nicht sein. Ah, Vazquez, Jungs. Ah, fünf Punkte. Und schon ein paar Fouls. Naja. Bin nicht zufrieden. Toledovic, den darf man nicht einfach so stehen, frei stehen lassen. Ja, Patterson. Jetzt ein Sprungball. Den haben wir voll verkackt. Den haben wir voll verkackt. Den haben wir richtig verkackt. Nicht so, dass wir den nicht gewonnen haben. Ja, wir haben auch noch so verkackt, dass der Gegner den Ball hatte und punkten konnte. Nein, nicht zu dem. Patterson mit dem Dunk und dem Foul an Mason Plumlee. Ah, sehr schön. Macht auch noch den. Freiburg rein. Patterson kann auch direkt dann raus. Ah, er kann da rein. Valdez, Jonas. Mirjohns kommt da rein. Kylari, der kann mal. Nando de Colo. französischer Europameister. Irgendwann ist Europameister mit Frankreich geworden. Nando de Colo. Hat auch oft gespielt bei der Europameisterschaft eigentlich. In der NBA spielte er weniger, würde ich sagen. Der hat noch nie gespielt, den Nando de Colo. Oh, aber... Fast das Ziel gegen Mike Thornton. Ja. Nando de Colo. Hansbro. Was macht Hansbro für den Scheißwurf, Alter? Vasquez mit dem Stil, Alter. Nando de Colo mit dem Dreier. Ja, in dem Dreier, Nando de Colo. Der spielt sich gut, der Mann. Auch wenn er keine hohe Bewertung hat, der spielt sich gut, der Mann. Toledovic. Der kann auch mal einen Dreier reinknüppeln, der Toledovic. Das ist so ein bisschen... Wird sich eigentlich besser wissen müssen. Toledovic passet zu Andersen. Vasquez ist bei ihm. Fußspiel von Tyler Hensbro. Ey, der muss erstmal ausgewechselt werden, der fucking Teil, Alter. Alain Chionas, komm mal bitte rein. Yes, Rückspiel. Joe Johnson, Jungs. Keine Schnitte. Keine Schnitte gegen uns, Alter. 40 seconds left here in the second. Van der Rosen kicks to Johnson. Pierce covering. Tries in the post. A shot by Johnson, no good. Hey, I like creativity in the circus finish as much as anybody. But you better be sure... Oh, my. ...that's kind of his strong suit. The ability to find his way through the defense and finish at the rim. Vasquez kicks to Ross. Johnson. Johnson off the pick from Ross. Pass to DeRozan. One second separate in the shot clock in Gamecock. Johnson left side. He passes to Vasquez. For three. The shot, no good. Knocked away. And taken away by Johnson. Whoops. Ah, das war zu scheiße gespielt. Oh, Scheiß. Also da musste ich dann den Wurf begehen, sag ich jetzt mal. Ja, jetzt hab ich die Heide sich gezeigt. Ey, ich bin so verplant heute. Ich weiß auch nicht. Ferien sind fast vorbei. Wie, wie nicht verging, ey. Und ich konnte nicht viel aufnehmen. So viel hatte ich zu tun. Das ging gar nicht, ey. Komm, Sean Livingston, ey. Associaalist. Und see if they were all good looks. I mean his shot selection has been terrific throughout the game. And on the floor for Dwayne Casey starting in the second half. Amir Johnson at the fourth. Ja, Johnson, Amir. Gegen Paul Pierce setzt er sich durch. Sehr schön. Zwei Punkte. Weiterhin. Äh, ein Punkt. Unterschied. Sorry. Verzählt. Verzählt. Er guckt. Zählen braucht man ja nicht. Against Williams. No, no, no. Pierce, 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 Pierce. Livingston kicks to Pierce. Six on the shot clock. Check the clock. Check the clock. Check the clock. Der schon. Ja, so Terrence was mit dem. Ellie mit dem Whoop. Mit dem Whoop. Und Kyle Lowry mit dem Ellie. Exactly right. I mean, there have already been five lead changes, but nobody taking control of them. Eigentlich wollte ich zu DeMar DeRozan, weil er besser, äh, gerade kam vom Lauf her, aber naja. Terrence Rose macht hier trotzdem rein. Und nicht schlecht eigentlich. Amir Johnson, denke ich, Patterson kann da wieder reinkommen. Und, ja. Now let's go to the 2K scoreboard. During the regular season, these point guards were the best rebounders at that position. Kyle Lowry is second. This is a unique group. Oh, sehr schön fand Wallans, Jonas. At the point. But with these guys, it's warranted, because of just how well they do it. You know, it definitely sets them apart from most of the other point guards in the league, when you can glass eat like that. They've got a little bit of that big man attitude in them. Battling in the paint when the shot goes up and feeling like they can get some rebounds too. Brooklyn trailing. Neh, Darren Williams, mein Freund. Das kann nicht sein. Da kriegt er trotzdem noch, da stile ich ihn, und dann kriegt er trotzdem noch den Ball und kann dann die Punkte machen. Was macht Patterson denn da? Stell mal Block, Patterson. Ah, Valanchunas. Kannst du auch reinmachen hier. So. Das wird auch entschieden. Wollen wir uns ein bisschen gefangen. Oder auch, oh, Gott sei Dank. Da ging der rein von Valanchunas. Jonas Valanchunas. Sehr schön. Okay, Johnson, den muss der, muss der ja reinmachen. Das wäre ja der, ab. Das wäre ja der größte Loser der Welt. Ja, muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Okay, tun wir nochmal, geben wir nochmal Teil Hansborough, eine Chance, weißt du. Kann ja scheiße sein, aber kann sich auch wieder verbessern, ne. Das kann nicht wahr sein, oder? Das kann nicht wahr sein, oder? Wieso geht der denn trotzdem rein? Drei auf und Patterson, der geht rein, sehr schön. 25, 25. Mann, bin ich sauer, Alter. Ja, ja, alles cool mit den Fouls. Wieso? Okay, Lowry. Terrence Ross muss jetzt mal hier da sein gegen Sean. Yes. No. Hatsborough, Alter. Sehr schön, Patterson. Meine Fris, nochmal ein Unichen gerettet. Oh, ich denke, das wird jetzt ein Sieg, Alter. Meine Fris, wenn jetzt noch an mir, Johnson und Valenciunas reinkommen, dann geht die Hütte ab, Alter. Oh. Ähm, yeah. Johnson, Valenciunas. Ja, wo ist Valenciunas? Da ist Valenciunas. Naja, jetzt hat er nicht gewechselt, in der Super, egal. Ja, Valenciunas hat er reingewechselt. Egal. Patterson hat mir übrigens gefallen, ey. Egal, schafft er nochmal. DeMar DeRozan trotzdem noch. Nehmen wir den Ball. Na, hättest du noch einen geilen Dunk oder so, Point mitnehmen können. Ah, DeRozan, Alter. Alter, dieses Problem läuft ja schon die ganze Zeit bei NBA 2K14. Manchmal so Koordinationsprobleme, also... Ich bin auch schon mal als bei FIFA, Alter. Okay, ich hab FIFA nicht gespielt, die aktuelle. Aktuelle, aber ich guck ihm, Mann, ich bin hier auf YouTube aktiv. Den hab ich geblockt. Oder da war ich gut, aber hatte jetzt gute Defense. Valenciunas. Ross has got three Rebounds so far in the game. Lowry with the ball. Williams picks him up. Ross kicks to Valenciunas. Valenciunas! No good. Had a chance to take the lead. Williams attacking. Wieso... Das hat ja ein bisschen die Körperstärke, der Bastard, ey. Ich kann's einfach nicht. Ich bin halt nicht der Pro. Darf man auch nicht erwarten. Back to Lowry. Shot, shot, shot! And the Raptors miss again. The Nats have gone two or three from the field to get the fourth quarter started. Williams with another miss. Most of the time, that shot will go down. Boy, the defenders have to make sure they tag him. John Patterson kicks to DeRozan. Patterson passes to Ross. Series it from three points. Yes! Time running low, guys. And somebody has got... Rents! Ross. Patterson, da tun wir jetzt mal hier gestern. Amir Johnson. Tun wir rein. Ja, das weiß ich hier. Andern brauchen wir noch. Fucking Playoff-Spiel, da geht's zum Ganze. Yes! Yes! Da haben wir ihn. Naja, so wollte ich das jetzt auch nicht, aber... Naja. Besser als gar nichts. Besser als gar kein Punkt. Execute and get it done. Kevin, let's see how it plays out. And thank you, Doris. Pierce, dishes to Livingston. We kick it to Garnett. Nice ball movement by Brooklyn. Outside Williams. Shot clock at five. Pierce, Pierce. Sehr schön. He slipped into quite a funk here, Clark. I think that's a good word to describe, but I mean, the basket is looking awfully small to him at the moment. And DeRozan. Here we go. That's DeRoz. Back to DeRozan. No. Pierce with the steel. Oh, das ist ein Block, Junge, von Kyle Lowry. Das kann nicht wahr sein. Sehr schön, der Block von Terrence Ross. Der ist aber drin, meine Freunde. Der ist drin von DeMar DeRozan mit dem Assist von Vionnas Valenciunas. Ja, Mann. Ja, Nets können sich ruhig über die Time-out hier in den Arsch schieben, Alter. So, Vazquez kommt mal rein. Ah, gibt's hier einen guten. Hens, Bro. Wenn man mal Hayes. Hayes. Hayes, oder wie heißt. Livingston. Oh, Gott sei Dank macht er keine. Zwei Punkte, ja. Kein. Den Korb. Kein Leerab. Juhu. Ah, Mia Johnson. Als der 15 von den Toronto Raptors. Das macht hier einen sehr, sehr, sehr schönen Dank. Oh, ja, okay. Joe Johnson kann das auch. Der Mar DeRozan, Jungs. Der Mar DeRozan. Babbababababababababababababababababab. Bago. Ne, Ne, Ne. Ich brauche noch keinen. Ich brauche noch keinen. Danske الرciation. Ne, Ne. 21 Sekunden. Ja. DeMar DeRozan ja wohl schaffen. Oh, fuck. Jetzt habe ich zu ein bisschen zu viel. Zu long gedrückt. Ah, fuck. Egal. Vier Punkte. Der macht beide rein wahrscheinlich. Joe Johnson. Der macht beide rein. Ja, es war klar, dass er jetzt foult. Uh, shit, shit, shit. Oh, das kann doch noch schief gehen. Aber wenigstens einen macht er rein. Das ist schon mal. Ah, natürlich schon Livingston. Der kann natürlich auch aufbauen. In der Tight Game der Win für Toronto. Eindeutig. Sehr schön gemacht. Ja, Hayes, wie sich der freudigste gemacht hat, aber trotzdem gefreut. Yeah. Juhu. DeMar DeRozan, gutes Spiel. Kyle Lowry, gutes Spiel. Talentsboro, scheiß Spiel. Salmon, gutes Spiel. Nando DeColo, gutes Spiel. Amir Jones, gutes Spiel. Jonas Valenciano, gutes Spiel. Patterson, gutes Spiel. Sehr schön. Sehr schön. Terrence Ross, gutes Spiel. Kyle Lowry, natürlich. MVP, des Spiels. John, MVP, des Spiels. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Joel. Also mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ähm, ja. Ich würde sagen, äh, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen, äh, Daumen hoch. Schreibt einen Kommentar, was man verbessern könnte. Wie, hier dies und das, äh, ... Kommentar, dein, dein, kommt hier, das Deal ist gut oder schlecht oder, äh, verbessern wir das, mach mal das, mach mal das, oder nimm mal die Einstellung beim Mikro oder so, das hört schwer an oder so, keine Ahnung, irgendwelche sowas in die Richtung, wenn ihr was verbessern denkt, dass ihr, dass ich was verbessern habe, dann macht das, ansonsten, ähm, wenn ihr immer up to date sein wollt und immer das neueste Video direkt an dem Tag, wo es rauskommt, sehen wollt, dann immer wisst, jetzt kommt ein Video, man, und ich will nicht immer auf den Kanal kommen, klicken, dann, ja, drückt ihr auf den Abonnieren-Button und ihr seid mein Abonnent oder ein Abonnent von mir und, äh, sieht dann auch direkt, ja, okay, ein neues Video raus, ich guck's mir an, alles klar, gut, so, ja, ansonsten sag ich noch, äh, viel Spaß, äh, beim weiter NBA zocken, bzw. NBA, schau, da sind ja gerade die Playoffs, ja, äh, ich denke, die Toronto Raptors schaffen's auch, ich hasse nämlich die, ähm, die Nets, bzw. ich hasse sie nicht, aber ich mag sie nicht so sehr, muss ich gestehen und deswegen würde ich, äh, sage ich jetzt hier, ähm, ja, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, hau rein, ciao.